Das sieht hier also nicht unbedingt so wie es hier ist. Hier gehen sie in jedem Fall, egal, sie machen aber gleich ins tiefe Wasser. Spezielle Jungswürde finden das aber gut, wenn sie erstmal langsam rein gehen können. Und eigentlich, das ist ein Großteil, werden wir es dann so machen, dass es Waffeinstiege sind. Aber die Idee jetzt, dass irgendwie zumindest da hinten mit dabei ist und irgendwie runterspringen können, ist schon da auf jeden Fall. Ja, dem macht das wirklich Spaß, ja. Das macht er ja auch, wenn man kein Futter dabei hat. Er schmeißt ja auch so mal Sachen wie hier. Herz und Wasser. Die Melone. Wie viel wiegt der jetzt? Oh, so 200 Kilo ungefähr.